Die Kolonie der Mantids Die Mantids sind ein aggressives und hochintelligentes Insektenvolk und leben seit einigen Jahren in einer riesigen Kolonie im verlorenen Land. Die Mantids kennen keine Gnade, Schuldgefühle oder Gerechtigkeit. Sie existieren lediglich, um ihr eigenes Fortbestehen zu sichern. Der Primogen hat die Mantids überredet ihm bei seiner Befreiung zu helfen. Er bot ihnen unangetastete neue Welten für ihre Invasion. Die erste Welt auf ihrer Liste ist die Erde. Transportatore stehen schon bereit, um eine ganze Armee von Mantids auf deinem Planeten zu befördern. Durch die Zerstörung des Hauptcomputers werden diese Transportatore nutzlos. Dein Auftrag für diese Welt lautet Zerstöre drei Königinnen-Embryos Zerstöre den Hauptcomputer Finde das Energietotem und verteidige es mit deinem Leben.